Endtower Ach das ist Pilz Nein das ist Endstone Doch Ach schade man Im Enderman wird sicher Pilz drin sein Warte mal erstmal hier schauen Oh nein Ich glaube das wird ein Labyrinth Das sieht sehr nach einem Labyrinth aus total Panda macht man Copyright Strike Ah First run Was haben wir denn hier oben 1 Gelekt 1 Spinne 1 Zombie Ich nehme gerade keine Rücksicht auf dich übrigens Ja schon in Ordnung Es ist ein Labyrinth Nö ist es nicht Echt Ja hier ist eine Minecraft Strecke Und es spawnen Zombies TP'st mich Nein Ich bin nämlich Ich war nämlich auf der Leiter Und bin dann runtergefallen durch den Glitch Durch den Glitch Ja Und dann lass den Creepy da oben explodieren Damit ich mich hoch bauen kann Nö du machst das nochmal Woher soll man hier ein Minecraft kriegen Junge Mann diese dreckigen Legs Ich könnte ausflippen Boah ey Ich werde gleich aggressiv Mann wenn man in der Luft stockt Das ist so kacke Oder ol ich geh mal den anderen Weg okay Okay kannst du auch machen Ich frag mich wo du da hinkommst Ich hab ja auf jeden Fall eine Leiter nach oben gefunden Man kann auf jeden Fall wieder zurückgehen Alle weg Wow Soviel dazu Alter Hier ist ne Kiste mit einem Boden und Scheißfiemen Pfeilen drin Und ich wette Bonus Mission Feuer holen und fackeln Den Frankenstein ab Okay soll ich die Bonus Mission machen? Ol ich mach die Bonus Mission damit bevor du hier alles weg sprengst Bin grad gut dabei Wo? Boah Alter Das sieht ziemlich geil aus hier Das mit den Häusern Boah du glaubst auch nicht wie cool das bei mir gerade aussieht Soll ich mal zu dir kommen? Kannst ja Kann ich nicht mein Eingang ist kaputt Ah doch kann ich Guten Tag Oh so ein Sack Painting Oh man Gutes Endstone Scheiß stabil ist Das ist hier ein Monster Das hier ein Häckselermann Ich komm mal zu dir Oh ich bin Oh ich bin Und Frankenstein Up fuck in Okay Wie kommt man da rein Maxl Aha Mach Platz Ich will da auch rein Maxl vor dir steht ein Skelett Bilder Aha Maxl noch da Boah Ja Sehr Sehr gut Sehr schlau Das ist vielleicht ein bisschen dumm gelöst Das hier alles explodieren kann Wieder da Ja der Kerl ist explodiert Hier ist ein Creeper drin gespawnt Ja der Kerl ist explodiert hier ist ein Creeper drin gespawnt Ich hab irgendwie von irgendeiner scheiß Mücke direkten Stich unter Direkt da wo mein Headset aufliegt Das ist so nervig Ja Das ist natürlich blöd Ja Wenigstens hab ich jetzt was für einen Notfall Bilder oder ein Feuerzeug Alles Also ein Feuerzeug Was tropft da eigentlich runter? Schleims Seit wann tropfen die denn? Seit immer und ewig Es laggt immer im Sprung Ja das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle Aber Maxl was sagst du? Um halb ne Pause So auf Ende für die Aufnahme Ja Gut dann machen wir noch bis halb Also ich weiß nicht wie ich hier in Minecraft Wo ich hier ein Minecraft herkriegen soll Moment ich bin Ja Ich komme Hallo Hier gibt's kein Minecraft Bedeutet wir gehen die Strecke einfach hier ab Vielleicht hätte man sich eins mitsnatchen können Ja ich hab ja noch in Minecraft Halt mir gerade so einen Tschüss Ja super und mich schießen sie jetzt wahrscheinlich total ab Äh ne mich Ey lol sie lassen mich eiskalt in Ruhe Also hier geht's auf jeden Fall weiter Hier sind die Zwei Milliarden Monster Ich komm mal Übrigens hier gab's Pfeil und Bogen Du kannst da haben wenn du willst Pass auf hinter dir die Creeper Pfeile brauche ich auf jeden Fall Was hier ist ein Schild? Alter wo bist du? Spring auf die Laternen Wie? Ach von hier Von hier Maxl von hier Fuck Aber an die Kanten von den Gloucester Blöcken soll man springen Ja Ja Geht's vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoller Ja geht's noch ein bisschen anspruchsvoller Ist das hier jetzt schon eigentlich das letzte Kapitel schon oder? Nö noch lange nicht Das Kapitel 6 Oder so Von 10 oder 11 Aber wenn wir jetzt schon im Ender Dragon sind Im Ender Dragon? Äh ne wir sind im Enderman Achso Dann gibt's wahrscheinlich irgendwo noch ein Portal zum End Hat er dann wahrscheinlich künstlich gemacht Wie kann man eigentlich ein künstliches Portal machen? Dann schießt es dir Dann schießt es dir den Portalblock Ganz einfach für beim Nether Portal Oh die Oh ich hab jetzt eigentlich Boah irgendwie überkommt nicht grad die Lust alles zu zerstören Hehehe Ger nicht Aber ich muss sagen der Enderman von draußen war ziemlich geil gebaut Ja Afu Komm Ah ja super hier fehlt jetzt ne Laterne Max hast du zufällig grad nen Block da den du hier unten ran pappen kannst An die an den Klar ich hab doch immer Ja hier fehlt ziemlich viel gerade Ja ok Danke Aber ich glaube nicht dass es sehr gut machbar ist Das ist so überhaupt nicht mehr machbar mehr Ne das ist nicht mehr machbar durch die Creeper Ja dann tut mir leid ne aber Ja vor allem hier zu zerstören Ja vor allem hier zu zerstören Ja vor allem hier zu zerstören Alter die scheiß Skilette Halt die mir mal vom Leib Creeper Creeper Ich hab noch mal vom Leib Ja noch einer Komm hier durch Maxl 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 Ja gleich ich snatch ihn mir noch Achso du hast dich da Eisgut durchgebaut Ja wie solls sonst gehen Ja Ein Redstone Torch Ein Redstone Torch Maxl warte mal ganz kurz Pass auf Erstens pass auf hinter dir Zweitens da Hör das snatchen Acht Leitern Wo sollen wir die anbringen Hast du die auf Platz Ja Warum hast du uns zugebaut Hier Hier Oli Guck Aber ich stehe Ah ok gut macht Platz Wow Da fällt eiskalt so ein scheiß Creeper von der Decke Jetzt wird das natürlich Warte ich hab die Blöcke aufgesammelt Ja glaubst du ich nicht Ich hab immer Blöcke dabei Hier sind viele Monster Tut mir leid aber ich hab das Gefühl durch die ganzen Creeper ist die Hälfte der Map nicht mehr gescheit spielbar Ja aber was soll man bitte gegen die Creeper machen Es sei denn man Tut sie einfach Es sei denn man tut sie einfach komplett aus Kisten nochmal Nochmal acht Leitern Und hier Was Gar nichts Ok Super es war eigentlich total Sinn Oh Moment Oli Es war nicht sinnlos Ich seh da gerade ne Kiste drin Wir müssen hier weiter Scheiß auf die Kiste Nö da war acht Brot drin Na komm geh mal weiter Hat er jetzt echt schon gedacht dass das das innere vom Ender Dragon ist Oli Beall dich mal Geschichte Die Zwerge waren sehr beliebt bei den Drachen Deshalb haben die Zwerge ein Portal entwickelt das sich das Endportal nennt Sie haben versucht damit ihren Anführer zu stellen Aber das ging schief Die Zwerge waren gezwungen als Essen für den Drachen zu enden Doch nach ihrer Vorhersage würde ein Held erscheinen der sie retten würde Der Held heißt Dein Name Finde die Spitzhacke und grab dich zum Ende Kleine Nahrung gefällig Ja Kohle nicht abbauen nur Steine Während du spielst Kann man doch gar nicht essen Die kann man doch gar nicht essen Natürlich kann man die essen Achso stimmt weil ich voll leicht bin Während du spielst findest du Schilder die die Geschichte weiter erzählen Kohle ist nicht abbaubar Hier gibt's Spitzhacken Ich nehm mal zwei Aber davor geh ich pennen Ich auch Der Monster ist Nearby Danke Ich grab Also nur Steine abbauen keine Kohle Wir hätten nach oben gemusst oder Oli Guck mal Trollface Ja das haben wir nicht abbauen sollen Ja grabe dich durch die Steine ist das egal von wo Nein von hier Ja Durch den Endstone Ach hier sind noch Steine Wenn du ein Schild findest lies vorne Ja ja Ey Oli Alle Steine abbauen Alle Steine abbauen Hätte man's nicht ne Steinspitzhacke geben können Das wär doch zu einfach Wir sind ja Pros Was wär daran einfacher Es hätte einfach nur nicht länger gedauert Mhm Oli Auf jeden Fall ist es ein bisschen dunkel Ich stell mal ganz kurz mein Licht hier heller Scheiß hier ist kein Crafting Table Ja Ja also ich seh jetzt Ich kann jetzt was gar nicht mehr zwischen Kohle und Stein unterscheiden Ja dann Dreh La- äh Helligkeit höher Hab ich aber keine Lust zu Scheiß Stich Wo haben wir sie denn Jetzt ist es hell Yeah Jetzt geh ich mal zum Licht Hä ist ja voll chillig Man sieht ja alles Ja Und das Licht ist auch nicht unbedingt hell